So und Servus Freunde, erstmal die Kohlen, naja das war nicht so geplant und heute so so Freunde es passt perfekt ich bin jedes mal wieder erstaunt wie gut es auf meinen eigenbau darauf passt so da ja gerade jeder mit der feuerbox schafft und pizza macht machen mir was genau keine pizza wir machen uns heute hier ganz leckeren Kabeljau und dazu gehen wir mal gar nicht viel brauchen als erstes mal eine Pfanne jetzt mal als treue Punkte Geschenk gegeben nehme ich natürlich gern dann brauchen wir ein paar Kräuter ein bisschen Schnittlauch ein bisschen Salbei und ein bisschen Petersilie grausig genauso wie glatte legen wir uns mal hier rüber so und hier haben wir Kabeljau Kabeljau ist ein Dorsch oder eine Dorschart und von dem her auch immer wieder immer wieder eine leckere Sache den legen wir uns jetzt aber allerdings noch mal ganz kurz beiseite weil wir anfangen mit der Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel hatte ich nicht drauf falls das Bild gepasst hat nehmen wir uns gerade so die vorderen Stücke ab und gerade so das jetzt mal ich weiß Verschwendung aber das kann man gern noch oder das verschaffe ich noch in der Soße so kurz ein Schlitz wie wir haben auf der Seite Bio Zitrone die brauchen wir auch für später ich habe hier so bunte Tesser Körner ja bunt ist gut gesagt die grünen fehlen schon gänzlich ja ein paar sind noch drin ein paar rein in den Mörser und hier habe ich ein absolut geiles so ein Rotweinsalz absolut gigantisch vom Geschmack auch gerade ein ganz klein bisschen und das Mörser bei uns gemacht ja das Pizzateil habe ich kaufen müssen auf geheißter Kamerafrau die heute leider keine Zeit hat sie meinte sowas braucht man ich finde natürlich selbst gebaute und selbst zusammen genagelte Dinger finde ich eigentlich viel cooler weil man braucht man es wirklich für fünfmal Pizza im Jahr zu machen ne ich glaube es nicht ist eine nette Sache auf jeden Fall aber zu 100% brauchen tut man es nicht so was wir aber brauchen ist hier unsere Zucchini habe ich schon vorgeschnitten deswegen die darf ich auch heute verarbeiten gelbe Zucchini die Kamerafrau mag sie nämlich nicht so zu der gelben Zucchini kommt jetzt hier unsere Lauchzwiebel gerade oben drüber alles gerade ganz unkompliziert alles in die Pfanne rein wir brauchen noch nicht mal irgendwie Öl oder irgendwas unten rein machen also ist das komplett auch übrig sobald die Zucchini anfängt und ein bisschen einkocht oder ein bisschen verkocht verliert sie so viel Wasser dass das gar nicht nötig ist unsere ganzen da wollen so paar Kräuter hier mit Schnittlauch und allem und dran packen wir uns bloß grob zusammen und immer vorsicht auf die Flossen weil Finger ab ist immer doof so machen wir das mal beiseite das soll uns eigentlich schon reichen so so da haben wir noch ein Stückchen kommen ja zack so wieder die Pfanne ups sack gänzlich unkompliziert gänzlich unkompliziert was ein schweres Wort jetzt schnappen wir uns gerade die Schüssel wo die Zucchini drin war machen wir unser Pfeffer und Salz aus dem Mörser rein man braucht da gar nicht so viel wir gehen über die Pfanne wir würzen den Fischkarten ganz klein bisschen natürlich von beiden Seiten über die Pfanne klar wenn etwas abfällt fällt es in die Pfanne und ich habe lieber den Geschmack in der Pfanne wie das ich auf dem Brett habe ja wie gesagt so ein Pizzateil kann man mal machen muss man jetzt nicht machen so da wie gesagt die Kamerafrau nicht da ist die kleine netten die ganz große auch nicht verhält sich diesmal so meine Frau ihr Stück mein Stück wer ist ein Steg wer ist andersrum aber dem soll es so sein jetzt schnappen wir uns noch die Zitrone so machen gerade ein klein bisschen muss nicht viel sein drücken uns gerade ein klein bisschen die Zitrone aus das war auch eine kernlose schafft sie es eigentlich leichter damit die andere Hälfte der Zitrone heben wir uns auf für später dass man sie nochmal drüber träufeln kann wenn man das mag und jetzt halt die Kräuter noch drüber drüber nicht nebendran naja und dann geht es ab zum zum Pizzakumpel hier oben drauf natürlich keine Werbung ideale Temperatur sagt er mal und jetzt werden wir unseren Kabeljau ganz normal hier so ein bisschen die Mitte rein stellen ich weiß nicht wie man das so hört aber da blubbert ein bisschen was ich habe auch schon mal geguckt ja wo man sieht was da an Flüssigkeit rausgekommen ist ja ich hoffe man erkennt es ja ein bisschen das ist hier die ganze Zucchini die hier schön ein und verkucht ist ja der Fisch ist super doch haha und den werde ich jetzt anrichten dann gibt es noch 1-2 Bilder und dann werden wir uns den schön schmecken lassen die hier haben wir ja die 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 ihr Untertitelung des ZDF, 2020